Was? Oh mein Gott! Minoru! Dankeschön! Dankeschön! Danke! Oh mein Gott! Vielen, vielen Dank! Vielen, vielen, vielen Dank! Danke! Komm ich nicht ins Team? Doch! Also ich muss nachher mal gucken, wie ich das Team, die Teams aufbaue, weil ich will da eine schöne Rotation reinbekommen. Aber wir sind ja jetzt gerade erst mal Indobuddeln. Und ich muss auch einmal mit euch erst mal, bevor ich euch ins Team packe, zu einem Poké-Center. Um euch aufzuholen. Frohe Weihnachten! Vielen Dank Minoru! Ich wünsche dir auch frohe Weihnachten! Das ist so lieb von dir! Bist du der Weihnachtsmann heute? Oh mein Gott! Zentan! Zentan! Vielen Dank! Oh mein Gott! Ihr seid... Ihr seid so lieb zu mir! Dankeschön für die 5... 5... 5... Abos! 5 Subs! Danke! Danke! Wie soll ich euch danken? Es ist ja... Heute ist so eine Bescherung für mich! Vielen, vielen Dank! Danke! Geil aber! Es ist wieder ein... Es ist wieder ein Sub! Yay! Snowfire! Auch! Ich bin jetzt Lucky auch und hat Pott auf! Yay! Awww! Vielen, vielen Dank! Weihnachten kann kommen! Oder Weihnachten war grad schon! Lieber Ankiwi. Danke zu Dagnus für den einen Bild. Oh, wie Nuru. Gibt es, was abgibt. Gibt es ab. Dankeschön. Jetzt hat Lars auch eins. Das ist Anlaki, was hier gerade passiert. Aber ich habe ja gerade schon genug Glück. Vielen Dank. Was ist denn das? Ich glaube, ich kriege eher aus diesem... Was? Wie viel? Okay, also das habe ich jetzt verdient. Das habe ich jetzt verdient. Nach so viel Glück gerade. Nach so viel Liebe habe ich das jetzt verdient. Change Forms. Dankeschön. Ich bin Maku, Shiba, Uppichin, Akio. Nein, ihr seid zu lieb. Danke euch. Das ist wie Weihnachten. Nein, das ist Weihnachten. Anki, Anki. Oh! Danke für das Steak. Ich habe heute Bacon bekommen. Also irgendwie ja quasi schon. Ah! Star, danke schön für die 100 Bits. Vielen Dank. Hype Train. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Hype Train. Danke für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Ich will nicht heulen, aber es fühlt sich gerade schon an wie Weihnachten. Das ist so schön. Ihr seid so lieb. Ihr seid so lieb. Der Zug fährt ein. Die deutsche Bahn. Ich will ja nichts außer Steak zu verschenken. Danke für dein Steak. Das ist wunderschön. Vielen Dank. Fühlt dich nicht schlecht, Mario. Ihr müsst überhaupt nichts verschenken. Ihr seid... Anyways, total. Ich habe mich da jetzt zweimal draufgedrückt. Danke für das Geschenk, was du auf mich geworfen hast. So habe ich mich gerade schon die ganze Zeit gefühlt. Samsara, danke für den Follow. Willkommen. Hi. Mein Geschenk für dich. Einfach mir an den Kopf geworfen. Einfach so. Take this. Buh. Ich muss da mal losgehen. Ne, ich vergesse, wenn du den Wolfix fängst, Saki es zu nennen und ihn einen Feuerstein zu geben. Mhm. Wenn ich einen Feuerstein finde, kriegst du ihn. Was? Autsch. Danke für die Dose. Oh mein Gott. Wie nur Ruhe. Danke für die weiteren Segelpzern. Das ist so... Dankeschön. Ihr seid doch verrückt. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. I'm training. Level-Film. Oh mein Gott. Was geht denn jetzt hier ab? Es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten. Ich habe eine Bescherung bekommen. Von... Von... True Darkness, Centon, Minoru, Star und... 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 Äh... Der Teil True Darkness. Das komedische Teil mit der Dose war klasse. Das war wirklich gut. Die Dose hat mich richtig so aufm... Äh... Au. Ah. Die Dose hat mich so richtig erwischt. So kalt erwischt. Der Elfstein bekommt ein Video. No, True Darkness. Hallöchen aus Spaß. Willkommen... Oh mein Gott. Ich muss mich... Ich muss mich beruhigen. Ich will nicht heulen. Ist okay. Ist es okay. Ist es okay. Wie geht's dir heute? Ähm... Mir geht's super. Ich habe Weihnachten heute wohl... Meine Community hat Weihnachten vorgezogen. Und heute ist allgemein ein unglaublich schöner Tag. Ich habe nämlich endlich Ferien. Ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen Donnerstag. Oh, ihr seid so lieb. Dankeschön, Malue. Danke. Lars! Nein, Lars! Halt deine Rente! Ich kann... Äh... True Darkness. Ich schicke das dann auch in den Server. Oder du kannst auch in den Server dann schicken. Ich kann das dann auch einmal in Videos reinschicken, ja? Dann, dann, dann... Dann, dann... Finden die Leute dein Video auf YouTube. Mach dann nochmal Werbung dafür. Weihnachten? Aha! Dankeschön! Ich habe auch endlich Ferien heute. Ja! Ferien sind super. Oh, ich habe... Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich hatte gestern noch Labor und so viele Vorlesungen. Und... Oh, finally! True something of me. Danke für den... The Bacon! Ihr seid so süß. Ihr seid alle solche... Knuddelis. Nein. Ihr seid... Ihr seid Nuggelis. Ich habe euch alle so lieb. Oh mein Gott! Devas Großer Bruder hat einen Zapf bekommen. Vielen Dank. Danke für die Headpass. Okay, ich muss mich jetzt erst mal... Ich muss ja erst mal kurz runterkommen. Oh, atmen. Hui. Hui. Waltet jeder ein Abo. Vielen Dank. Ah, danke. Wir haben sie mit zwei Bits. Machst du nie. Geh. Dann machen wir das so. Oh Gott. Meine Wangen tun weh, weil ich mich gerade so gefreut habe und so... ...so toll gegrinst habe. Das tut dir einfach weh. Oh mein Gott. Jetzt hat mein Bruder einen Zapf. So sieht es aus. Muss jetzt erst mal los. Frohe Weihnachten. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, Mario. Hast schöne Festtage. Ciao. Zap-only-Stream. Wir werden Zapf-only-Chat machen und es können trotzdem alle noch weiterschreiben. Oh, ein Gengar. Oh, das würde Juno glücklich machen, wenn sie jetzt hier wäre. Eigentlich arbeiten Pum, ich habe immer wieder an dem Streamfest. Oh, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall fühle ich mich geschmeichelt und ich nehme das als Kompliment. Auf jeden Fall nehme ich das als Kompliment. Aber du musst arbeiten. Arbeiten ist wichtig. Los, ich befehle dir zwar. Nicht, dass ich dir irgendwas befehlen könnte, aber... Do it. Arbeiten. Ja, wichtig. Zwar scheiße, aber wichtig. Tut, tut. Oh, danke für das. Noch ein Level 5,5-Stream bekommen. Was habt ihr für ein Emote bekommen? Was habt ihr für ein Emote bekommen? Tablet. Was habe ich denn gerade für ein Emote bekommen? Ich habe ein Chicken Wing bekommen. Quasi. Mal gucken, wo ist das? Ich finde es nicht. Aber ich habe das gleiche bekommen wie Dingsy. Oder bekommt man immer das gleiche? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, man bekommt nicht immer das gleiche, oder? Tut, tut. Ja, genau. Das Chicken Wing. Danke für die ganzen Handpads. Schon vergeben muss ich ein anderes Geist-Pokémon werden. Aber es gibt ja auch noch andere Geist-Pokémon, bestimmt, die cool sind. Findet man bestimmt, was passendes. Tut, tut. Ach, ihr seid so lieb. Oh Gott. Tschüss. Tschüss. rigsch